Ja, das habe ich im letzten Video schon gezeigt, nämlich dass man mit Louis eine einigermaßen moderne Anwendung, die auch ziemlich performant ist, schreiben kann. In dem Fall jetzt hier Waytracing, was hier später reinkommt. Das ist jetzt hier ein relativ neuer Firefox und es gibt eine andere Beispielanwendung, die ich schon mal gezeigt habe, nämlich eine To-Do-Liste. Und das ist jetzt hier eine Variante, die habe ich extra angepasst, dass sie mit älteren Browsern funktioniert. Und deswegen habe ich auch bei dieser Variante hier unten anzeigen lassen, mit was für einem Browser man das öffnet. Also man sieht jetzt gerade, jetzt habe ich gerade den Firefox-Version 68 und hier kann man Einträge erstellen. So ein paar aussagkräftige Einträge und dann sagen, dass zum Beispiel der hier erledigt ist und den habe ich auch schon erledigt. Und dann hat man einen Filter hier. Dann kann man sagen, ich möchte jetzt nur die anzeigen, die noch offen sind oder die nur anzeigen, die geschlossen sind. Und jetzt kann ich sagen, ups, den habe ich ja noch gar nicht gemacht. Und es ist natürlich dynamisch. Also es verschwindet wieder. Jetzt findet man den in einer anderen Liste. Und man kann natürlich den Filter auch aufheben und alle wieder anzeigen lassen. Tja, das ist jetzt schon mal nicht sehr spektakulär, weil das ging schon die ganze Zeit. Was ich jetzt auch mal demonstrieren wollte, ist die Abwärtskompatibilität von Louie. Also mit was für alten Browsern Louie noch funktioniert. Ich habe es ja geschrieben in der Projektbeschreibung, dass es mit Internet Explorer 5 kompatibel sein soll. Und um jetzt mal zu demonstrieren, dass das kein Witz ist, gehe ich jetzt mal Schritt für Schritt weiter zurück. Ich habe erstmal die Seite, das Programm kann ich erstmal öffnen in Internet Explorer 6. Das ist ja schon für manche Steinzeit, weil ich hier Windows XP benutze, wie man vielleicht sieht. Und da kann ich mal LouieTodo öffnen. Das ist das genau gleiche Programm, was ich eben geöffnet habe. Und oh, Überraschung, es funktioniert. Also man sieht hier unten, der Internet Explorer 6 ist der Browser und es funktioniert auch alles exakt genauso wie im Firefox. Also man könnte hier eigentlich, wenn man jetzt hier die Leiste oben nicht hätte, würde man überhaupt nicht merken, dass es der Internet Explorer 6 ist, weil alles funktioniert und auch, ja, alles sehr schnell funktioniert. Also von der Performance her merkt man da nichts, merkt man da keinen Unterschied. Ja, und dann habe ich mir mal gedacht, dass ja der Internet Explorer 6, das ist der Browser hier und ich habe mal erzählt, dass für MSHTA, das ist die Plattform für so Apps, die etwas mehr können, also mit der Endung HTA. Ich dachte bisher, dass es immer der Internet Explorer 5 sei und das stimmte auch, aber ich habe leider in Anführungszeichen ein Windows Update mal installiert. Das hat das auf Internet Explorer 6 geupdatet. Das kann man hieran erkennen. Das ist genau die gleiche Datei. Also vom Inhalt her wie die, die ich in den beiden anderen Browsern geöffnet habe, nur halt mit der Endung HTA und man kann hier unten erkennen MSI 6. Das heißt, es ist genau das gleiche wie in dem Internet Explorer Fenster eben, nur halt, dass wir hier ein anderes Fenster haben und die Button sehen anders aus. Fällt mir gerade auf, aber ja, vom Verhalten auch genau das gleiche. Ist ja auch Internet Explorer 6. Das ist ja keine Überraschung. Um Internet Explorer 5 auch demonstrieren zu können, habe ich in VirtualBox in Windows 2000 mal die Seite geöffnet. Hier nochmal für die Zweifler. Übrigens finde ich das lustig, dass ich hier einen alten Rechner, der sehr langsam ist, mit Windows XP habe, der ein Full-HD-Bildschirm mit Aufnahmegrad betreibt und dann noch eine virtuelle Maschine. Naja, in was für Zeiten leben wir? Also es ist Windows 2000 hier drin, wie man erkennen kann und jetzt kann ich mal ganz unspektakulär hier den Browser öffnen. Man sieht, es ist langsam, weil dieser Rechner keine Hardware-Beschleunigung hat für Virtualisierung. Deswegen lädt das etwas. Nein, da wollte ich nicht hin. Ich wollte nicht die Microsoft-Seite öffnen. Mal sehen. Da ist es. Und tada! Es funktioniert. Ich lade jetzt mal die Seite neu. Wo ist denn da? Ah, da unten ist er. So. Und hier unten kann man ganz zweifelsfrei erkennen, dass hier der Internet Explorer 5 verwendet wird. 5.0.1. Was genau das heißt, weiß ich nicht. Als nächsten Schritt könnte ich das mal ausprobieren, wenn ich das jetzt in Windows 98 oder 95 öffne und da den Internet Explorer nehmen. Es kann sein, dass es da eine ältere Version ist. Also 5.0 oder 4. Das habe ich jetzt noch gar nicht probiert. Es wäre mal lustig, das zu machen. Es müsste theoretisch funktionieren. Zumindest müsste ich Louis wahrscheinlich etwas anpassen. Aber das ist mein Versprechen, dass es in Internet Explorer 5 läuft. Kein Witz war. Demonstriere ich mal hier. Ich kann jetzt hier auch ein paar Einträge erstellen. Es ist deutlich langsamer. Man muss sich jetzt vorstellen, durch die Virtualisierung ist es nochmal 5 bis 10 mal langsamer, als es im Internet Explorer 6 eben war. So. Ich kann Einträge erstellen. Es wird dynamisch erweitert. Ich kann hier die Eigenschaften ändern. Da merkt man jetzt schon die Leistung deutlich im Unterschied zu eben. Aber es funktioniert immer noch. Ich kann immer noch hier Einträge löschen, zum Beispiel, wenn man ein bisschen Geduld hat. Ich kann Einträge filtern. Kann man noch zusehen, wie er das zeichnet. Und dann, ja, und um dann nochmal zu belegen, dass das hier keine Fake-App ist, die ich entwickelt habe, nur um irgendwas zeigen zu können, kann ich auch direkt den Quelltext mal anzeigen. Naja, man sieht eigentlich oben an der URL schon, dass es genau dieselbe Datei ist. Also, so sieht das Programm aus. Das ist jetzt schon sehr langsam. Naja. So, jetzt mach ich das nochmal. Jetzt maximiere ich das Fenster nochmal, dass man etwas mehr sieht. Wenn man natürlich die Geduld dafür mitgebracht hat. So. Ja. Und man sieht, die bekannte Dateistruktur ist dahinter. Komponenten, halt im alten Syntax. Und jetzt kann ich ja nochmal schnell gucken, was passiert, wenn man das als HTA-Datei abspeichert. Deswegen klicke ich jetzt mal auf Datei und speichern unter. Also, diesen Quelltext nehme ich jetzt 1 zu 1, lege ihn auf den Desktop und todo hta nenne ich die Datei mal. Also, damit er mit hta geöffnet wird. So. Tja. Von den Rest kann man sich schon denken. Auch Internet Explorer 501. Tja. Bevor der Rechner hier komplett einfriert jetzt, äh, das war's.